Hallo und Willkommen zurück bei Wildstar. So, ich will zum Kommando Deck. Dann mal rein da zum Teleporter und uns hier in sämtliche kleinen Stücke zerlegen lassen. Ah, okay. Geradeaus weiter. Bäh. Jetzt zittert uns Bivatz. Nicht gut. Stabilisatoren bereit für Eintritt in geostationäre Umlaufbahn. Start des Expeditionsteams wird vorbereitet. Ja, ja. Rote Lämmchen sind nie gut. Ja, ja. Machen wir ja. Also gut, Soldat. Zeit für deine erste Mission. Schau in deinen Infocon nach, um die nächste Barke zu finden. Und dann, äh, ja, nimmst du mal die Befehle entgegen da. Äh, ja. Mach mal. Hör zu, Soldat. Egalisierer Weiker hat diesen Truppen, äh, was? Diesen Trupp Domys auf unsere Brücke gebracht. Lass sie dafür büßen. Ja, okay. Die ist da unten. Aber zuerst noch muss ich mit dir hier quasi sein. Ja, wie ist die Lage? Beschissen. Äh, Afras Info... Das hätte ich schon vor ein paar Stunden gebraucht. Ja. Sorry. Ging nicht schneller. Aber es ist immer gut, noch etwas Kanonenfütter auf der Brücke zu haben. Äh, meinst du mich damit? Bist du kampfbereit, Rekrut? Äh, jawohl. Oh, verd***t. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Ja. Ihre Leistung, Süßer. Ja, ja. Und die englische ist irgendwie besser. Äh, blubb. Äh, muss ich noch mit dir was machen? Ich gebe ein Gau. Ein Super-Gau. Und dann das hier. Ja, okay. Es scheint, als hätte die Party gerade erst angefangen. Das wichtigste ist, diese verschotterten Draken und Mekari von meiner Brücke zu schaffen. Mach sie zu Kies und dann halte ich bereit für weitere Befehle. Verstanden? Äh, was sind denn Draken? Draken sehen aus wie über große dämonische Eidechsen mit Hörnern. Richtige Schnuckis. Ähä. Das Dominion setzt sie als Sturmtruppen ein. Zeig keine Gnade, denn sie zeigen dir garantiert auch keine. Äh, ja. Was sind denn Mekari? Das sind aufgemotzte Killerbots mit Kristallhirn. Gerüchte zufolge wurden sie von den Eltern gebaut. Sie sind gut im Spionieren und Sabotieren. Aber sie sind auch keine allzu schlechten Kämpfer. Ja, machen wir alles. So, dann müssen wir hier unser Schild anlegen. Klack. Und dann müssen wir erstmal hier den Weg wieder runter finden. Wo ich mich die ganze Zeit immer verlaufe. Leute, nicht auf mich schießen. Ich bin einer von euch. So, wupp. Täuschen und Tarnen. Ist die nicht hier? Wupp. Wupp. Erfolg verliehen. Ja, ja. Erfolg verliehen. Äh, du da. Aha. Du hast nichts gesehen. Was? Gerade mit Bell Walker gesprochen. Äh, wir haben Ärger im Reliktraum des Schiffes. Und der Teleporter nach draußen ist vers- was? Verschlackt? Beil dich mal ein bisschen, Verbanter. Ja, super. So, hier bekommt man immer noch angezeigt. Ja, Liste leer. Bitteschön. Du. Dich brauche ich hier. Zack, zack, zack. Schnetzel, schnetzel. Tan. Äh, was brauche ich denn noch? Achso. Traken-Berserker. Und. Bomb. Blop, blop. Okay Ja, wie ist die Lage? Immer noch bescheiden Felsige Arbeit, Rekrut Hast diese Domini-Mist-Kerle Richtig schön verschottert Deine Arbeit auf der Brücke ist erledigt, aber ich hab noch einen Auftrag Ja Hör gut zu Denn das Was denn das jetzt ist richtig Wichtig Okay Bell Walker ist im Reliktraum gefangen Und das Dominion plant den Raum hoch zu jagen Schaff deinen Hintern darunter Und sieh zu, dass es in einem Stück Dass es in einem Stück Herausschafft Ja, wer ist denn das? Bell ist die Tochter von Dorian Walker Dem Kundschaft, der der Nexus entdeckt hat Äh, hä Sie ist eine brillante Wissenschaftlerin Und ein echt heißer Feger Ah, wenn du verstehst, was ich meine Ja, ja, okay, alles klar Ja, lass Miss Walker nicht warten Hast du gehört? Ja, ja Wir Sind hier auf dem Weg Nur nicht hetzen Nur nicht hetzen So, du bist die Bell Walker Schieß los, Schätzchen Na, wenn das nicht einer meiner Lieblingsverbanden ist Äh, du kennst mich noch gar nicht Der Kommandant sagt, er würde mir jemanden zur Seite stellen Das wirst dann wohl du sein, ne? Ja, ja gut Der nächste Teil geht ab wie eine Tüte Klingenschwänze Ja, lass mich dir mal eine ernste Frage stellen Wie stehst du ja so zu Bomben? Habe ich meistens irgendwie So, so ein kleines, äh, zwiespältiges Verhältnis Das Dominion hat Springladungen im Reliktraum platziert Und sie haben sich in unsere, was? Und sie hacken sich in unsere Systeme Mhm Das macht auch mehr Sinn Du musst diese Bomben finden und entschärfen Und dann kriegst du ein paar Hosen Ja, was machst du hier? Die Domyspioner hacken sich in unsere Systeme Ich kann sie hoffentlich so lange aufhalten, bis die Bomben entschärft sind Was ist denn hier in dem Raum hier überhaupt so besonders? Der Raum ist vollgestopft mit all dem Wissen Dass mein Vater Dorian Walker auf Nexus gefunden hat Ich schätze, wenn das Dominion es nicht kriegen kann Sprengen sie es eben in die Luft Äh, Dorian, was? Ach, bei den Sternen warst du die ganze Zeit im Kryoschlaf? Ja Dorian Walker ist der berühmteste Kundschafter, den die Verbanden hier hatten Und er hat Nexus für uns gefunden Ja, dann Meine Bots sind der Meinung, du bist so gut wie tot, also Pass da draußen auf dich auf Ja, ja, deine Bots So, wir brauchen Die Sprengladung Ein Festkörperdetonator Mist, ich hatte erwartet Die Domys würden etwas mehr Hightech benutzen Den zu deaktivieren, sollte dir kein Problem bereiten Ja Dann mach auch mal Oh, ja, Mist Äh Geht es hier irgendwo nochmal hoch? Da ist man so riesengroß Und dann springt man hier doch noch Fällt man doch noch hier durch Ritzen So, hier Was, diese Bomben Sehen so alt aus Wie der letzte Kranokwitz Kranokwitz Ach, Kranokwitz Ja Kranokwitz Nimm die Deckplatte ab Tipp die richtige Zeichenfolge ein Und schon sind sie entschärft Kinderleicht Ja, super Okay Das sieht doch, äh Richtig klasse aus Knutsch mir die Kometen Das ist ein Urfusionsgerät Sowas nennen wir Experten auch Urfurzbombe Das Ding muss hier Die ganze Zeit Lang Getarnt gewesen sein Du entschärfst es lieber Bevor wir noch Alle drauf gehen Naja, super Dann machen wir dat Ich weiß zwar nicht wie Und warum Weil ich Kenn mich nur hier mit Sachen zerstückeln aus Aber, naja Dann entschärfen wir mal Blub, 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 blub Das war verdammt knapp süßer Ja Okay, aber nenn mich hier nicht die ganze Zeit süßer Das ist irgendwie Nicht so toll Kryo-Kapsel lesen Lieber Herr Brightland Vielen Dank Dass Sie unsere Verwandten vor langer Zeit gerettet haben Sie waren immer ein Held Für meinen Vater Und Sie sind auch mein Held Und der von Emma Jo, ich hoffe, dass wir Auf Nexus Einen Weg finden werden Sie aufzuwecken Vater sagt Wir brauchen sie jetzt mehr denn je Bitte passen Sie auf sich Ah, äh Blub, blub, blub Bitte passen Sie auf uns auf Äh, Billy Ah, ja Ja So Hast du was zu sagen? Äh Du hast uns gerettet süßer Ganz zu schweigen Von all dem Wissen Von all dem Wissen Und den Artefakten Die mein Vater Sein ganzes Leben lang Gesammelt hat Ja, gib mir mal kurz Die Hose damit Tut mir echt leid Aber du kannst noch nicht Ganz Feierabend machen Wieso nicht Die Bombe ist entschärft Äh, ja Hast noch nie etwas davon gehört Das ist eins meiner Lieblingsmagazine Darin sind immer super interessante Geschichten Und ich erfahre daraus immer etwas Neues Ja, was ist das für ein Datenwürfel? Was hat es damit auf sich? Äh, er ist ein Relikt, das mein Vater auf Nexus fand Er steckt voller Daten über den Planeten und die Eltern Aber er wirft eigentlich mehr Fragen auf Als er beantwortet Ja, gut, dann Dann werden wir mal helfen So, das ist der komische Würfel Ah Okay Ich weiß deine Hilfe zu schätzen Mein Part, ja, damit zugebracht Dieses Zeug zu sammeln Es wäre eine Schande Wenn die Dummies es in die Luft jagen würden Oder was noch schlimmer wäre Wenn sie einen Teil davon in die Finger bekämen So, und dann kriegen wir hier ein Buch Und, ja Könnte man hier alles lesen, aber Das ist mir echt zu viel So, und dann haben wir hier noch irgendwas Ach so, das muss man zusammenstellen Dann kriegt man Kriegt man das ganze Buch Dann kriegt man hier das da Aha Ja Wie gesagt, sehr, sehr viel Text So Und dann Müssen wir mal hier an der Konsole Uns zu schaffen machen Endlich ist es soweit Mit dem Nexus-Projekt beginnt das größte wissenschaftliche Experiment in der langen Geschichte unseres Volkes Und wenn wir erfolgreich sind, dann werden wir erreicht haben, wovon andere immer nur geträumt haben. Wir werden das Schicksal verändert haben. Und zwar nicht nur das der Älteren, sondern das des gesamten Universums. Ja, toll. Ich brauche ein Bericht, Schätzchen. Zumindest müssen wir die nicht irgendwie vorlesen. So, Relikte und Wissen. Das war gute Arbeit mit dem Beschaffenen der Dinge meines Vaters. Das ist wertvolles Zeug und ich hoffe, dass du dabei das ein oder andere gelernt hast. Ich habe da nichts gelesen, ich habe nur dem Würfel zugehört. Mein Papst sagt, wer nicht Danke sagen kann, soll nicht um Gefallen bitten. Wie ist die Lage? Ja, immer noch bescheiden. Ich hoffe, du konntest Bels Problem lösen, denn jetzt ist hier die Hölle los. Nimm einen Teleporter zum Gewächshaus und schau nach, ob Königin Miala deine Hilfe gebrauchen kann. Ja, wer ist das? Das ist die Königin der Aurinnen. Wenn du ihr begegnest, hoffe ich, dass du einen guten Eindruck hinterlässt. Schließlich ist sie eine Königin. Die Dommys haben ein Asteroiden in das Schiff gerammt. So sind sie an Bord gekommen und jetzt rennen sie im Gewächshaus rum und verbrennen unsere Nutzpflanzen. Okay, dann... Sichern und laden. Dann machen wir uns da mal auf den Weg. Das Gewächshaus sichern. Ach Gott, dann müssen wir hier die komischen Rüben einsammeln. Ich erinnere mich. Ja, Gewächshaus und so. Hallo, eure Majestät. Tag. Was kann ich für dich tun? Ich bin hier der Neue. Brauchst du etwas? Ja, Quests und XP. Kommandant Durex, sag du, dass du kommen würdest. Die Lage ist schlimm und wird noch schlimmer. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Dominion unsere Nahrungsvorräte vernichtet. Ja, ich bin ja da, um zu helfen. Das ist genau wie damals. Ich höre immer noch die Stimmen der Bäume und der Aurin, die wir auf Arboria zurücklassen mussten. Ja, Lava-Kurz. Das ist genau wie damals, als das Dominion nach Arboria kam und alles, was uns lieb war, zerstörte. Das Dominion hat Chua geschickt um die... Achso, hat Chua geschickt und die verbrennen unsere Ernte. Du musst sie aufhalten, sonst haben sie... Sonst haben wir ja nicht genug Gemüslinge, um uns zu ernähren. Äh, was sind Chua? Das sind die komischen kleinen Frettchen hier. Chua sind sadistische Kreaturen, die Technologie zu Zerstörungstwecken nutzen. Meine Harald-Welt-Arboria hatte schwer unter ihnen zu leiden. Was haben sie Arboria angetan? Sehr wahrscheinlich überfallen und abgefackelt. Sie haben Maschinen, sogenannte Planetenfresser, eingesetzt, um Arboria zu verwüsten und alle wertvollen Ressourcen zu plündern. Sie haben keinen Sinn für die Natur. Als Königin sollte ich über den Dingen stehen. Diesmal jedoch nehme ich es persönlich. So, und der hat eine Soldatenmission für mich. Alles klar. Häpp, Häpp. So, dann pass mal auf, du Chua. Diese armen Gemüslinge, sie fürchten um ihr kleines Pflanzenleben. An der Seite des Gewächshauses sind Pflanzenwälter, da müssen sie in Sicherheit sein. Plöpp. So, ich weiß nicht, wie viele wir hier brauchen. Wir sind, glaube ich, hier fertig, so am Rand. So, dann kommt mal mit, ihr komischen Runkelrüben. Hier ab, hier rein. Hepp. Warte mal, vier. Hm. Bump. Schnetzel, schnetzel, schnetzel. Zack. Ja, ja. Der versenkte Sellerie. Na, komm mit. What? Naja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn die... Wenn wir die hier retten, damit sie nachher irgendwie in einem Salat... Enden. Naja, egal. Hättest du etwas gebraucht? Ja, brauchst du etwas? Das war ausgezeichnete Arbeit. Die Chua ziehen sich zum Asteroiden zurück und die Gemüslinge sind gerettet. Hervorragende Arbeit. Aber wir sind noch nicht aus den Gröbsten raus. Ja, es ist gut, äh, denn ich hab noch eine weitere Bitte. Avic ist verschwunden. Er gerät immer in Schwierigkeiten. Befürchte, er ist wieder... Es ist wieder passiert. Findet ihn, hilft ihm und, ja, falls er da irgendwie irgendwo rumsteckt. Ja, wer ist denn das überhaupt? Avic Purplatt ist sein Name. Er ist... Einer meiner... Einer meiner Gefährt. Einer? Hat's mehrere? Genau genommen ist er der Kriegereste von ihnen. Er sagte, er wolle die Kassianer vor Ort bekämpfen. Aber ich befürchte, dass er sich übernommen hat. Äh, was sind das? Die Kassianer sind die menschlichen Anführer des Dominion. Ansehen und Status ist ihnen sehr wichtig. Äh, daher unterscheiden sie Hochgeborene als auch Niedergeborene Kassianer. Und die Hochgeborenen sind adlich, oder was? Genau, sie glauben, dass sie von den Eltern dazu auserwählt wurden, das Universum zu beherrschen. Und dass alle anderen ihnen unterlegen sind. Äh, und was ist mit den anderen? Weil die Niedergeborenen sind nicht so gebildet wie die Hochgeborenen, Meister. Aber scheinbar befolgen sie bereitwillig, ihre Befehle zu... Äh, befolgen sie bereitwillig, ihre Befehle zu befolgen und verrichten. Einfache Arbeit für sie. Naja, egal. Ich setze die ganze Hoffnung der Auren in dich. Ja? Jaja, okay. Dann setz du mal und ich suche hier die Leute. Achso, ich muss auch noch hier die Soldaten-Quest hier machen. Und dann gucken wir mal, was wir sonst hier noch machen müssen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Jaja, okay.